Schwierige Zeiten sind schwierige Zeiten. Doch, schwierige Zeiten sind gut für die Selbsterkenntnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist derjenige, der dich nie im Stich lassen wird, auch wenn sich alle Freunde abwenden, Familie, Partner, wer auch immer, Kinder sogar, einer wird sich nie abwenden und das ist das eigene Wesen. Und davon handelt dieses Stück. Gut, wünsche euch alles Gute und nächstes Mal erzähle ich wieder was. Bis dann, ciao.